Das man...ähm...das es diesmal nur 2 sind... Ja alter, ach gehst du um die Ecke? Ach alter, was machst du denn jetzt gerade für einen Blödsinn? Vielleicht wird's entdeckt und dann hab ich den Hammer den Salat. So... Erledigt. Wieder zum Informant zurück. Habt ihr das gesehen? Alter, ja, da hat sich einfach mal gedacht, der Weg ist ja breit genug, aber...nöööö. Ich renne über Dächer. Das macht mir so Spaß. Und jetzt kletter ich hier diese Leiter runter. Wooo. Was hast du zu sagen? Komm, komm, komm. Gut gemacht, Alter hier. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nimm dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Gagnés Hospital. Vielleicht nützt es euch. Ja, danke, aber spring nicht wieder vom Dach. Okay. Darauf habe ich keine Lust. Ich habe den Papierkram zu erledigen. Ich muss wieder das Perkament besorgen. Ich bin eine neue Feder. Und ich schreibe das an, damit deinem Blut. Und glaub mal, ich zerfetze dich in der Luft. Und das nur, weil du wieder vom Dach springen wolltest. Ui, so ungefähr wie ich jetzt gerade. Aber ich sterbe nicht dabei. Mi, 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 mi. Ich habe nichts. Nein, geht weg. Ich habe auch nichts. Ich stehe mir das selber alles. Ja, Mensch, ich will zu dieser Flagge dahin. Wenn mir jetzt was anderes über den Weg schläfchen geht, dann mache ich jetzt was anderes. Dam, 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 dam. Flaggenherausforderung. Ach, ja, klar. Ich renne direkt den Templer in die, in die, in die, ins Sechtfeld. Ja, komm, komm, greif an. Los, los. Au. Au. Oh. Aua, das ist doch weh. Du scheiß Dreckswieg. Stier. 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 Kratz, endlich, ja? Was bist du denn? Ach Gott, ja. Hab den Templer erledigt. Juhu. Du werdet jetzt gerade gesucht. Na, super. Nein, ich habe keine Lust mehr. Nein, Sackgasse. Geh mir nicht auf den Sack. Geh weg. Hopp. Weg, 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 weg. Schnell weg. Kletter doch. Kletter doch. Kletter doch. Alter, ich will bitte. Mach doch keinen Faxen. Oh Gott, ey. Ja, da lacht auch schon einer irre. Oh Gott. Oh Mann. So. Ich glaube, ich bin weg. Ei, ey. Hör auf, mit zu schubsen. War das noch einmal und du kriegst Ärger mit mir, Freund. Aber wirklich dann. So, jetzt reicht's mir. Du schubst mich, du schubst mich, du schubst mich. So, das hast du jetzt davon. Geh weg. Ich lass mich nicht gerne schubsen. Nachforschung. Erklimmt die Aussichtspunkte, um die Standorte der Nachforschungsmission zu finden. Ja, ähm. Hallo? Hab ich schon gemacht? Ui, und zack. Hallöchen, schon wieder so einer. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Ach so. Welche Freude. Äh. Ich habe Fragen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. Boah, das gefällt hier, ne? Ich sollte meine Klinge in den Arsch jagen. Deshalb hättest du ein zweites Polo. Ja, dann lass mich endlich starten. Hör auf zu quasseln. Die Flaggen sind wenigstens eingezeichnet. Hopsa. Hopsa. Ja, man muss eigentlich nur ein Parcours laufen. Und die Flaggen auch einsammeln. Sollte man tun. Ist vielleicht ganz nützlich. Wie viele Flaggen sind das eigentlich? Steht das irgendwo? Ja, Alter, das ist super. Das ist echt klasse. Ich spring einfach irgendwo runter. Hast ja keine Zeit dran. Nein. Das ist alles in Ordnung. Ah, da ist es. Hopsa. Mitnehmen, fein. Mitnehmen, fein. Dann rennen wir noch da rum. Da rum. Da hoch. Doch, da steht es. 13 von 20. 14. Okay. 15. 15. 18. Hm. Zurück. Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen, erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Alles, was du hast. Super. Ja, kannst du auch mal aufhören zu quatschen? Das finde ich sehr nett von dir. Einen Moment, nein. Muss mal was gucken. So, kann ich schon weitergehen. So, wo sind wir? Wir sind am ADW. Okay, dann gucken wir mal. Belauschen wir da mal hinten. Oh Gott, jetzt muss ich einmal durch die ganze Stadt rennen. Einmal durch die Stadt rennen. Blühtet der vor jemanden? Nein, tue ich nicht. Ich habe einfach keine Lust, großartig jetzt lange rum zu... Ja, was geht denn da ab? Hey, sch... Hoppla, hoppla, hoppsi. Oha! Schluss! Aus! Nein, 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 ist dich nett. Nein, überhaupt nicht. Nein, ist nicht nett, nein, ist nicht nett. Nein, 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 nein. Ganz, ganz böse, ganz, ganz böse. So. Die rampeln wir mal nicht an. Damit die nicht ihre Krüge fallen lassen. Ich kann noch einen Zahn zulegen. Ah, okay. Da sind wir ja schon. Und da ist auch die Bank. Yay. Ne Bank, ne Bank, ne Bank, ne Bank. Geh mal weg. Hey, alter Mann, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Habt ihr einfach zu dir? Danke, Schatz. So. Und jetzt gucken wir uns natürlich noch die... Anja. Habt ihr von allein gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft. Und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Ah, okay. Da scheint wohl wer heimlich, heimliche Aktionen zu haben. Ähm, Leute, ich hab grad mal auf die Uhr geguckt. Es ist 12 Uhr. Ähm, ich muss leider jetzt erstmal beenden. Weil ich hab noch ein bisschen was erledigen heute. Ähm, ich nehm heute Abend nochmal auf. Also, ähm, bis dahin wünsche ich euch frohe Ostern und alles Gute. Euer Play with Drake.